Fertig, los! Oh, dein Lieblingsthema im Online-Marketing? Marketing Automation. Ah, woher kommt's? Wie war es für Marketing gesagt? Eigentlich schon vorbei. Punkt Abzug. Geht gut los. Web-Analytics mache ich für. Hier an der Wand hängt ein. Banner. Nee, an der Wand hängt ein. Monitor. Und Web-Analytics. Monitoring. Sehr gut. Wir vermarkten eine. Agentur. Für die Kunden. Wir vermarkten deren. Kann sein. Wo schreibe ich meine Inhalte drauf? Web-Webseite. So simpel. Beim OMT eine Katastrophe. Du bist leider kein Botschafter. Wir SEOs brauchen ein im Hintergrund, wo die ganzen Seiten gelistet werden. Verzeichnis. Ja, anders. Für eine SEO-Sprache. Web-Katalog. Englisch. Das ist, wenn du... Ich muss das. Sitemap. Wir sind hier, um was zu machen. Lernen. Weiterbildung, Know-how. Und du, wir beide, weil wir nicht mehr lernen wollen. Networking. Wir hatten das Beispiel im Vorfeld, was wir nicht sagen dürfen. Was wir nicht sagen dürfen. Chativity. Das erste war richtig. Chatbot. Super. Zählt. Eben hast du... Kann ich nicht sagen. Jemand, der auf seiner... Wo die Inhalte sind... Web-Seite. Viel mit dem Stift macht. Mit der... Also ich kann das Wort nicht sagen. Er ist ein... Web-Seiler. Er führt etwas chronologisch. Chronologisch. Ein Blogger. Hättest du es noch gesagt, hätte es noch zählt. Ich will das noch mal. Und wir los. Wo will jeder auf Platz 1 hin? Google. Ranking. Google. Sehr gut. Womit ist diese Suchmaschine besonders erfolgreich geworden? Das zeichnet sie aus? Einen besonderen? Google Ads. Was ist der besondere... Ranking. Wo durch wird das Ranking generiert? Algorithmus. Eine super Headline bei LinkedIn, die etwas übertrieben ist. Geht in welche Richtung? Ja, ähm... Oh... Ich komme nicht drauf. Clickbait. Ja, clickbait. Dein... Gehört auch zu Google und haben sie sehr, sehr teuer akquiriert. YouTube. Worüber spricht Batterie immer? Marketing Automation. Inbound Marketing. Inbound. E-Mail. E-Mail. Dein... Worauf... Basiert OMT.de? Welches... E-Mail Press? Wenn du deine Kampagnen sehr genau aussteuerst, dann funktioniert das? Punkt genau. Sehr genau. Du erreichst die richtigen Menschen, dann funktioniert das? Boah, keine Ahnung. Targeting. Was willst du möglichst viel haben unter einem LinkedIn-Beitrag? Äh... Ja, was ist eine Form davon? Kommentare, Likes. Like ist richtig. Äh... Jonas ist ein... Hosting-Anliefer? Gut. Hast du vorhin schon gesagt, hat... Tätrot? Ähm... Nee, ähm... Ist die größte Suchmaschine mit sehr reich geworden. Stopp. YouTube. Google Ads. Ja. Google Ads. redo sting-Anliefer? enemies. Will da Broadway? Update. Cuba ... By vonyorsunizer? Ich bin 365 Euro. Geist. Undercixí. Bis Kratorter?